so einer weiteren folge animation und den shop news und combo masteries so einen ersten kommentar wieder von old mann snyder habe heute klaus heisler und rogers kleiderschrank gezogen würde man sagen congrats old mann snyder zumindest mal für den kleiderschrank ihr wisst wie ich zu klaus heisler steht so dann würde ich sagen gucken wir mal hier rein was aktuell so am start ist da haben wir nach wie vor in mamas alt mutter garten ist die mythic louis jo dann haben wir hier aktuell den professor fahrt so sorry das ist eine böse geile box leck mich am book der professor farnsworth in mythic professor farnsworth ist cool aber da müsste man schon viele boxen kaufen um den zu bekommen 18 stück an der zahlen können euch ausrechnen wie viele gems jeder verbraucht dann der high school bill als pre-combo 11 47 99 7 was wäre denn wenn man den komplett voll hat 14 55 11 11 8 also high school will neil goldman ist natürlich auch mega geil und student lucky ebenfalls und bild dort auch ein also leckt mich am arsch jesus jesus maria und josef und dahin gibt es natürlich relativ viel schrott aber die ist geil alter die ist mega geil na gut okay also aber ja nix für ein baba lohnt sich nicht ich will auf jeden fall ich will auf jeden fall den dr seudberg haben so dann haben wir hier immer noch diese dog box und ja geht jetzt noch 18 stunden dann ist das sowieso um das thema hier dann haben wir die high school box mit high school linda student lucky dr karl direktor shepherd linda und dr amy wong die ist ein bisschen besser die box aber ja dann sind wir auch schon in der meisterschaft angelangt in der combo mastery und da sehe ich das nächste so ein paar steine so also fangen wir an der peggie an plagt ja wenn ihr am tag ist eine peggie mit musikkarten und dann kommt da hinten eben peggie anplagt raus mit cripple ganz ehrlich die normale mythic peggie finde ich stärker mit revanche mit allen also mit burger für alle heilen mit gas als da hinten die peggie anplagt mit cripple das finde ich weniger spannend ja also dafür würde ich auf jeden fall keine 500 gems ausgeben und dann kommen wir zur pta rivalry wir hatten jetzt vorhin gesehen die linda gibt es ja in der einen box und das war das falsche und dann haben wir hier die linda mit schule karten dann kommt da hinten die pta rivalität raus mit hier was passiert wenn man die maxen maxed out ja die ist die ist echt nicht schlecht und jetzt kommt ja der educated pg dann wird die auf jeden fall noch richtig stark werden mit 22 fach punch 16 fach revanche 21 angriff und 67 leben also auf jeden fall eine der stärkeren linda belcher kombos da gibt es ja nicht viele von bei linda belcher aber die ist die ist ganz gut und wird jetzt auch ziemlich effektiv werden in den kommenden tagen und wochen so also aber 500 jams wird trotzdem nicht vorausgehen aber jetzt kommen wir zu einer combo die ich eigentlich unbedingt haben will leider habe ich nicht genügend steine zusammen um sie mir gleich mehrfach zu holen es wird sehr weh es ist eine mega geile mega mega geile combo cigarette addicts schauen wir uns jetzt mal an ja jetzt zum beispiel also dass das coole daran ist schon mal es gibt ziemlich viele möglichkeiten diese combo zu spielen das ist immer gut wenn du mehrere optionen hast die zusammen zu bekommen aber was da hinten rauskommt ist halt echt ein absoluter killer da hast du dann hier guckt euch das an also mit der peggy zum beispiel mit den peggy und prescription mit 27 fach gas 27 fach bleach und 15 fach craze 24 angriff und 73 leben dann würde ich dazu sagen leon petard peggy mit hype no toad peggy mit baked evil monkey was eigentlich die stärkste davon was war das jetzt also wir haben wir fangen nochmal oben an das war einmal mit prescription 27 27 27 15 28 28 16 mit baked evil monkey ist die stärker hier mit chinchilla addict ist wieder ein bisschen schwächer hier mit dem henkel geht es ebenfalls wie man sieht kommen auch noch echt starke dinge dabei raus 21 21 12 wobei hier müssen wir jetzt sogar mal maxen und dann müssen wir mal schauen das ist und dem bobby geht es auch das heißt also wir jetzt jetzt also wir haben jetzt hier sage ich mal ein durchschnitt 27 27 15 ich glaube es ging noch ein bisschen stärker oder es war 28 irgendwo war was mit 48 28 28 16 genau 28 28 16 26 26 jetzt maxen wir das ganze mal und dann gucken wir mal was jetzt hierbei rauskommt da hätten wir jetzt hier unten mit dem henkel wenn die gemäxt ist auch ey leute so viel schlechter ist das nicht 26 26 14 mit prescription read 26 26 24 24 21 21 26 26 26 23 23 23 ist aber ein bisschen minimal schwächer mit tot licking baked evil monkey als mit dem henkel aber geht ebenfalls ja und da ich die jetzt da ich sie ja habe ne bin ich ich bin ich also ehrlich ich bin gezwungen dazu jetzt diese combo zu holen einmal kann ich zumindest machen das schauen wir uns jetzt auch an was dabei rauskommt dann hier nochmal da die 1000 rein und dann habe ich die so mega geil mega cool so dann gehen wir mal hinten rüber noch zu der nächsten combo das ist withdraw ja und das sieht folgendermaßen aus das ding haben wir hier in stewie mit auch wieder mit drogenkarten aber eben tot licking kommt gibt es da kommt dann frage das müssen wir auch wieder max und sonst macht das ganze keinen sinn max out also schauen wir mal hier was kommt da raus 16 17 fach 16 fach revanche 21 angriff 15 fach 16 grace also das ist auch schon relativ stark muss ich sagen beim steve smith hier ähm wer wer butter scotch cookies oder tot licking im steve smith im deck hat sollte sich auch hier nochmal überlegen ob er da nicht auch nochmal zuschlägt aber ja gut ob das jetzt gut ich kriegte halt viel mehr leben erst dann 8 nachts leben und 18 angriff ja wahrscheinlich 18 grace und 17 revanche bin ich mir aber nicht sicher es wird nicht immer auf oder wird nicht mehr aufgerundet also auf jeden fall eine doch schon relativ gute karte aber da geht natürlich also äh äh gegen äh äh hier cigarette addicts kannst du echt da kann die nicht mit anstinken cigarette addicts wirklich eine der stärksten kombos die es momentan so gibt also wenn die raus gespielt wird dann da haut die rein ohne ende das ist echt übel deswegen bin ich froh dass ich die jetzt auch mal habe als combo mastery leider wie gesagt fehlen mir jetzt hier noch ein paar steinchen sind tatsächlich 700 stück und dann hätte ich hätte ich mir gleich zweimal holen können also beziehungsweise dreimal holen können weil man muss ja dreimal holen um auf stufe 2 zu kommen ja also leute wenn euch dieses video gefallen und geholfen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben schreibt was in die kommentare aber nicht den kanal scheiße von ernten wenn es wieder heißt animation throwdown mit media man gleich haut rein macht's gut bis dann und tschüss